ein neues metro herzlich willkommen zu ein neues metro nein nein wir sind immer noch bei rage kommt ein neues metro redox es wird nur so ein reboot aber es wird ja ich freue mich auch schon drauf die liegt noch eine waffe ein scharfschützengewehr hab ich auch 1 ja tatsächlich das ist voll gepanzert und so aus ja du auch hinten sind eingestellt warte mal wusstest du eigentlich ja dass m3 heißen oder e3 games also die das halt machen metro die sitzen in der ukraine und um redox die version da überhaupt fertig zu stellen mussten die ja so ok komisch mussten die rohlinge und sowas illegal ins land schmuggeln weil sonst wäre das spiel niemals fertig gewesen wegen diesen aufständen die da ja waren und so ja ja das muss man sich mal vorstellen was da los ist naja jetzt muss das spiel ja doch treffen oder so gut wie es wird ja bald treffen kann man ja schon vorbestimmt es wird ja was soll das überhaupt werden ich glaube das wird sozusagen das ganz normale metro noch mal grafik aufgefrischt kann möglich sein und neue inhalte habe ich irgendwo mal gelesen ja also ein paar neue missionen und so also ich kaufe mir das auf jeden fall einfach um diese sofort oder so ja nicht nur das hat mir ja auch spaß gemacht man ist ein bisschen anders ist ich würd's ja auch let's playen wenn ich darf die redox-version ja das last light meinst du jetzt ne ja 33 war auch witzig ja obwohl da fällt mir nicht die synchro die deutsche synchro war zwar nicht so gut aber das hat im spiel eigentlich geschadet finde ich dass sie sich immer auflösen dass man die nicht nutzen kann das finde ich ein bisschen gemein hier hier kann man was suchen hier hinten sind binden komm ich bin gerade auf den tollen ich habe irgendwas gefunden und ich weiß nicht was folgen die mission zeit für die mutantenjagd warte mal ich habe eine sentry dingens gefunden zwei stück der clowns maske gefunden eins von drei pd2 sind da ganz viele apropos pd2 sollten wir mal gestern ja das habe ich gefunden lass ihn mal die habe ich jetzt aus versehen aufgenommen aus versehen ja ja da stand e und dann schieß ihn ins bein und krieg einen headshot oh die glitschen hier aber auch lang teilweise ne ja schnell die schrumpfende kommt aus der entfernung ach so haben sie das kaputt gemacht warum liegt das hier ich dachte du hättest es wieder aufgenommen dann nehme ich alles zurück und jetzt keine ahnung monsterjagd monsterjagd mutantenjagd einfach alles hinten lass uns folgen genau hinter mir und dann hab ich gerade abgeschossen und er ist 5 meter in die höhe geflohen soll ja auch das nicht was freust du dich eigentlich auf das neue doom ja bin ich auch gespannt drauf huch aber wolfenstein war doch ein peta kiel oder so überhaupt ne ja doch weil die hier von id software und betester ja ja die haben auch gemacht also die soft ja ja die soft und betester haben noch ihre eigene games kommen sozusagen also ihre eigene messe da und hier sind wir gekommen wo bist du jetzt hingelaufen ich sehe dich gar nicht mehr hier bin ich ach so da geht's lang das habe ich gar nicht gesehen weißt du so wie von die blizzcon also ist ja von blizzard sozusagen die e3 was hat id software und betester doch auch ach so die machen ja beide zusammen irgendwie eine quark oder keine ahnung aber hier habe ich schlechte erinnerung wenn das jetzt gleich rumpelt dann weißt du warum und da geht man wahrscheinlich von der ankündigung das ist ja einer von den dreien oder was nö den großen gab es im richtigen spiel auch ach und das ist also nicht mal einer von diesen drei bekanntesten oder was ich brauche mal ein bisschen schutz da darf lass dich nicht treffen ist dem scheiß mit einem kaketenmesser mit einem fat boy oder whatever wie hieß denn die dinger bei fallout fat boy jägt einer an den stein ich erlöse dich wo ist der dicke hirn ist er weg ja ich glaube ich höre ihn doch noch äääh da kommt er da ne ach das ist wieder so eigentlich ich schieß auf den großen oh wenn es nur einer wäre oh scheiße jetzt man die waffenwahl ist auch hier traurig ich muss nachladen ich muss nachladen au oh man so jetzt hat er nachgeladen ziele eliminiert zwei von drei steht bei mir ja irgendwer ist hier auch noch ok langsam sagt meine munition holen mir neue und meine waffen sagt langsam holen mir neue munition hier oben gehts weiter komm mal mit hier zwei von drei diesen biessen haben wir anscheinend schon getötet von den legendären ja ja hey lass mir auf was da ist muni komm nicht ran na ich hab vier bandagen reicht auf da gehts rein aha warte 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 drei legendäre dinge gibt's doch vor allem im lade wird schon noch ja ja zwei von drei haben wir anscheinend schon die steht da oben hier im volk ja ja glaub dir das so halt 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 oh was war das jetzt hier hast du noch wieder was gefunden und wo bist denn du jetzt da bist du an mir vorbeigelaufen ich versuche hier nur zu überleben pass auf granaten boys hier granaten boys ist das auch die korrekte äh ausdrückung ja naja wenn einer mit zwei granaten rum rennt dann ist es der granaten boy bei mir das klingt logisch jetzt sind wir hier ja 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 du hast doch noch dieses geschütz von hier wenn so viele sind kannst du das doch mal wenn der dicke kommt stell das mal auf ja wenn der dicke kommt ja 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 dann muss das mal kommen langsam nehmen die bekämen das hat man schon gesagt die gar nichts können sterben kanonenfutter korrekt ja ja ist kein kas ischer das ge Das ist wohl der letzte Legandär, oder? Wo ist er? Ach da. Oh Gott. Oh, verdruckt. Ich kann jetzt grad nicht durch, ich bin auch grad gleich durch. Ja ne, ich kann das auch selber machen. Ich hab wohl keine Munition mehr, ich hab davor Munition genommen. Ah ja, die gibt's schnell, ja. Steht der da immer noch? Ja, der lässt sich aber auch gar nicht richtig beeindrucken, wenn ich uns über das... Ach scheiße. Das beeindruckt den gar nicht. Doch, jetzt ist er kurz. Mann. Ekeliges Vieh hier hinter mir. Jetzt haben wir drei von drei. Haben wir alle drei Legandent. Da war ein Granatenbeuge, würde ich nennen. Ja. Kommt ihr bloß nicht schießen, weil du mir genau in die Schussrichtung gelaufen bist. Wir haben's geschafft, wir haben's geschafft. Der hat jetzt länger gedauert hier, ne? Würd ich sagen. Ich hab jetzt leider nicht gestoppt. Ach, passt schon. Das reicht, glaub ich. Ja. Okay. Nächste Folge. Bis denne, Leute. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.